Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch mal wie ihr den geheimen Blockbuster-Stern aus der Woche 7 findet und somit auch dann den Blockbuster-Skin erhaltet. Dafür müsst ihr dann aber bis zur Woche 7 alle Aufgaben abgeschlossen haben, das heißt von Woche 1 bis Woche 7 alle Aufgaben komplett abschließen und dann werdet ihr den Stern auch sehen. Man kriegt ja für jede abgeschossene Blockbuster-Woche immer so einen Hintergrund und auf dem Hintergrund sieht man ja immer wo der Stern ist und ich blende euch jetzt mal den siebten Hintergrund ein. So und da sehen wir im Vordergrund den Blockbuster-Skin und im Hintergrund sehen wir diese kleine Kapsel, wo oben dieser Stern drauf liegt und wo diese Kapsel mit diesem Stern ist, das zeige ich euch jetzt mal im Spiel. Ja und zwar müsst ihr dafür nach Dustin David und zwar hier wo diese Kapsel da ist, vielleicht kennt ihr die ja auch, genau in dieser Mitte macht euch einfach einen Marker dahin und fliegt dann einfach runter. Ich zeige euch jetzt auch genau wo das ist, ich habe jetzt einfach den Flug und die Landung dahin verschnellert, weil es ihr sonst viel zu lange braucht. Ihr fliegt einfach zu diesem großen Gebäude von der Mitte von Dustin und wenn ihr hier angekommen seid, sucht ihr euch einfach. Irgendwo den Eingang, rennt dann einfach hier rein und dann seht ihr hier diese Kapsel, da wo auch der Blockbuster-Skin entwischen ist und auf der Kapsel oben drauf, genau hier wird dann der Stern liegen, den könnt ihr dann einsammeln und dann bekommt ihr auch den Blockbuster-Skin. Wichtig ist, wie gesagt, alle Aufgaben bis zur Woche 7 fertig haben, erst dann kommt der Stern hier oben und wenn ihr ihn dann eingesammelt habt, habt ihr den Skin. Das war es jetzt auch schon mit diesem ganz kurzen Video, wenn es euch gefallen hat und auch geholfen hat, können die gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, können die gerne ein Abo da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dann und ciao.